Guten Morgen zusammen, es ist Montag, hallo, willkommen zum Motivation Monday mit Oliver. Heute möchte ich euch erstmal bremsen im ersten Schritt. Wieso will ich euch bremsen? Es geht auch darum, Motivation aufzubauen, nach vorne zu gehen. Ja, das ist richtig, aber ich sehe das ganz oft bei vielen von euch, wenn ich Gespräche mit euch führe, dass ihr hoch motiviert seid, wenn ihr eine neue Sache angeht und dann enttäuscht werdet in den ersten Wochen und Monaten, dass es gar nicht so schnell vorangeht, wie ihr das gerne haben möchtet. Und andere, die schon ein paar Jahre dabei sind, sind auch noch nicht da, wo sie sein wollen. Deswegen ist mein Tipp für euch heute, macht eine vernünftige, realistische Planung. Es ist so oft gesagt, das erste Jahr dauert viel, im ersten Jahr ist viel weniger erreicht, als man möchte und in den ersten fünf Jahren wird viel mehr erreicht, als man denkt. Deswegen macht eine realistische Planung, sprecht mit jemandem, der sich auskennt, der schon da war, wo ihr sein wollt und sprecht mit ihm, wie schnell es gehen kann und welche Voraussetzungen dafür getroffen werden müssen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Denkt dran, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Wenn ihr die richtige Planung habt, dann kommt ihr schnellstmöglich voran und dafür wünsche ich euch viel Energie und Kraft. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Euer Oliver. Ich wünsche euch ein paar Minuten, was ihr wisst, 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 was ihr wis